Der Freistaat Sachsen plant einen neuen Radweg entlang der B96 zwischen Schwarzkolm und Naart. Das Vorhaben ist Teil der Radverkehrskonzeption des Freistaates Sachsen. Die Planungen umfassen den Abschnitt zwischen dem St. Florianweg bei Naart und dem Kreuzungsbereich der B96 in Richtung Schwarzkolm und Laubusch, so das Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Erste Entwürfe sollen bis Ende des Jahres vorliegen. Wann genau der Radweg gebaut wird, ist noch offen. Aktuell finden bereits Bauarbeiten am Feuerlöschgraben auf der B96 statt, welche auch den geplanten Radweg vorbereiten sollen. Er wird dann die Lücke zwischen Neuerswerda und Senftenberg für Radfahrer schließen.